Jihau! Welcome back to Limbo. Hier mit mir, dem Kackenfriso. Und jetzt schauen wir mal, ob das wieder funktioniert hier. So. Yes, baby. So ne Scheiße. Aber, first try. Ja, ja, diese Folge. Ja, ist ja auch egal. Mein Stuhl quiecht immer noch so hart. Ich habe die leisige Fürchtung. Ich werde sterben, wenn ich da drunter springe. So. Oh. Äh, ja. Mein Stuhl, aber in die andere Richtung. Supi, supi. Sehr schön. Fein. Ui. Äh, ja. Da kann ja auch keiner riechen, dass da es im Ding kommt. So. Liebes Seil. Bleib. Bloß. Eng. Äh, okay. Ähm. Ah ja. Okay. So läuft der Hase. Ich hab's kommen sehen, dass ich da jetzt runterfalle. Aber das ist ja auch egal. Ich wollte es probieren. Ich bin nämlich ein Mutiger Mensch. Mhm. Ähm. Gut. Weiter geht's. Äh. Auf ein neues. Wir drücken da drauf. Und drücken da drauf. Und äh. Nein. Und nochmal da drauf. Und nochmal da drauf. Und nochmal da drauf. Und hoffen jetzt, dass ich da drankomm. Nein. Ja. Arschloch. Yes. Now it's working. It's working. Let me see you work it. See you work it. Ah. Naja. Ja. Weniger Scheiße, aber mehr aufs Spielpunkt. Ähm. Wer? So eine Hilfe. Ja. Nein. Oder? Doch. Wunderbar. Go. Runter. Huiuiui. Äh. What? Da war eine Säge. Wo hätte ich denn da jetzt hinspringen sollen? Hä? Ja, wir werden sehen. Ich mach's halt einfach noch 200 Mal. Hä? What? What? Ähm. Also? Äh. Äh. Läuft. Schon wieder kein Plan. Äh. Ja. Läuft. Schon wieder kein Plan. Ja. Wie wär's mit... Fuck you game. Uuaah. Geht's noch? Äh. 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 Kann ich denn nochmal von der anderen Seite her anfangen? Das hat besser geklappt. So. Go. Spring. Fein. Okay. Aus. Spring. Und jetzt? Ich bin soooo gut. Kann ich da schwingen? Oder hink das da dran? Ich habe das leise Gefühl, äh, dadurch dass es immer ätzender wird, äh, dass ich, äh, bald fertig bin. Oh. Go. 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 Wie? Sag. Mir. Wie. Never. Das schaffe ich doch schon wieder nicht. Fynn. Oh. Wie. 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 Vielleicht soll ich das auch so da nicht schaffen. Ja, ab in die Säge! Boom! Go, go, go! So, könnt gehen. Nein, ich falle direkt in die Wege, super. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf das Spiel, ohne Mist. Ich habe mich jetzt eigentlich nach so langer Zeit gefreut, das Garfari zu spielen, aber da der Schluss von dem Game so kackend schwer ist, habe ich keine Lust mehr. Das war nichts. Äh, Nögel! Hm, da habe ich jetzt wieder etwas Zeit gespart. Aber da habe ich es wieder verkackt und ich falle jetzt ins Sägeblatt. Ja, wunderbar! Aber vielleicht könnte es so, ich glaube, ich schiebe das Ding einfach weiter vor. So. Lass dich doch mal oben drin. Äh, schiebe ich dich an, was du da bist. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dann muss man es halt auf dreimal machen. Geht! 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 Nice! Ja! Okay, gut! Konnte jetzt keiner riechen, dass das so ist. ach man echt das sowas so was nervt mich naja gut aber jetzt wissen wir ja wie es geht ja ich muss sie gleich mit dem kopf in dieses lege wunderbar herz aller liebst ach ja vielleicht noch eine beste kompilation von dem wo ich weiß also ich habe den den überblick schon lang verloren die oft ich gestorben bin und im übrigen nur weil man weiß wie oft wie man was macht das ist noch lange dass man es schafft kleiner schwarzer mann nein 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 das war knapp ach so ich soll vielleicht mal mitzählen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ja gut da muss ich mir noch was ausdenken ja ja Gimbo 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 ja 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 Nein. Ich glaub, ich muss da fast noch mal zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, 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 oh. Okay. Eieieieiei, vier, fünf, sechs. Naja, egal. Ähm... Da würd' ich jetzt mal behaupten, wir machen beim nächsten Mal weiter. Sehr heiß.